hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls9 im sinneberg projekt hier auf der schönen hassefeld du kennend ihn ja in der letzten folge sind wir stehen geblieben beim dreschen des feldreis nummer eins und ja der ist hier bei der hälfte des feldreis und hat sie jetzt wieder bis gefahren hat er mag die bäume hier nicht habe ich zu wenig vorgewände gemacht so sie warten auf ihren einsatz und ja so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann tanken wir den ab, fahren die Bahn zu Ende, weil sonst wartet er sich eh wieder fest. So, dann können wir glaube ich schon wieder abdanken. Und dann, wir schauen. So, dann können wir den DVD. Er fährt sich aber immer fest. Ah, das geht hier. So, dann können wir schon wieder den Mascher abdanken gehen. Er hat schon wieder 28%. Wenn er mal stehen bleiben würde. So, dann. So, dann. Wie lange wird er den Bull noch bauen? So, dann können wir die einladern. Dann schauen wir, was wir als nächstes werden. Ähm. Tiere kaufen werden. Da hat schon wieder durchdrehen die Reifen. So, dann. So, dann. So. 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 machen wir uns den hier. so. 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 dann gehen wir den Tierhändler suchen manera von ein Nehmen wir mal so bis 6000, wir haben ja noch 400.000. Wir haben ja noch 400.000. Hier komme ich raus. Ich komme da nicht raus. Okay. Okay. Können wir eigentlich gleich hier was von dem. Brauchen die nur wälzen. Ich brauche nur wälzen. Die sind aber Spaß. So dann. Bühner, Fütterung. Nee. 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 Go. Nee. 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 Dann können wir eigentlich wieder Gras mähen bald. Und ja. So dann. Seh nur abdank schnell. Warte jetzt schon wieder. So. 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 So meine lieben Freunde wenn es euch gefallen hat das Like nicht vergessen schaut beim nächsten Mal wieder vorbei haut rein und bis zum nächsten Mal Tschüss. So.